Fast jeder zweite Jugendliche weiß nach der Schule nicht, was er werden will. Der Weg zur Berufsberatung? Unsexy und mühsam. Das Thema wird aufgeschoben, bis es zu spät ist. Zehntausende Kids starten jedes Jahr ohne Ausbildungsplatz in ihr schulfreies Leben. Die Bundesagentur für Arbeit BA suchte nach einem direkten Weg, um die Kids zu erreichen. Und fand einen völlig neuen Weg zur Berufsberatung. Den What's-Me-Bot, den ersten automatisierten Messenger-Dialog zur Berufsberatung. Gemeinsam mit Kids, Psychologen und Berufsberatern wurde ein ausgefeiltes Multiple-Choice-System entwickelt. Ein Chatbot mit acht persönlichkeitsdefinierenden Fragen, die die Kids in ihrem Lieblingsmedium WhatsApp beantworten konnten. Anonym, schnell, nur mit Zahlen oder Emojis. In Echtzeit bekamen Jugendliche eine persönliche Auswertung. Eine interaktive Profilkarte, die zeigt, welcher Berufstyp sie sind und welche Ausbildung zu ihnen passen könnte. YouTube-Stars berichteten. Auch die Kids verbreiteten das Tool massiv in ihren Netzwerken. Das Ergebnis nach den ersten sechs Wochen? Über 180.000 User. 89 Prozent beantworteten alle Fragen bis zum Schluss. Um sich tiefer zu informieren, nahmen 64.000 Kids mit der BA Kontakt auf. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte konnte die BA so bis zu 20.000 Jugendlichen pro Tag eine Orientierung für ihre berufliche Zukunft geben. Und damit mehr Kids für das Thema begeistern als sonst in einem ganzen Jahr. Klingt komisch, ist aber jetzt möglich. Bundesweit bescherte die Idee der BA wertvolle PR und ermutigte sie, auch in Zukunft neue, innovative Wege zu gehen.